Willkommen zu einer neuen Folge von Ashen Dancy. Was in dieser Folge passiert? Es wäre zu viel vorweggenommen, aber schaut selbst. Ich frage mich, was für Waffen das waren? So blau? Die blau schießen? Die Überlaser, das können es auch nicht sein, die man erst später kriegt? Irgendwas, was ich bisher nicht im Hinterkopf habe. So, wir haben den wissenschaftlichen Durchbruch, dann ist der Planet schon mal fertig. Guck mal, wie schnell die da oben lang grasen. Das ist auch schon so eine Rasse, die extra so eine Antriebe hat, damit man schnell durchfliegen kann. Hostile, perfekt. Du gehst da drüber nach Algol. Hier habe ich auch gerade was anderes gebaut, ne? Ne, habe ich nicht. War das hier? Ne. Irgendein Planet ohne Schutzschuld habe ich gerade was anderes gebaut. Kann doch eh einer von den neuen sein eigentlich. Ne. Dann sind sie sicher, wenn es woanders war. Das ist nicht meiner. Hier wird das Schildgebot, ja. Alle anderen Planeten sind sicher, dann kann ich ja weiter spulen. So, Kurzstreckenwopper, yeah. Den mache ich. Da sind unsere Planeten besser geschützt. Weil die Raketenabwehrbasis hat doch eine beschränkte Reichweite. Ist nicht so prall. So, hier beginnen wir mal. Oh, warte. Doch, Planetenschutzschild. Battleship in Sagitta. Paragon Gritztor. Zum Reparieren, stimmt. Flieg rüber. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da unten ist auch eine Fabrik. Das sticht heraus. Schutzschild. Wir brauchen hier mehr Platz zum Wohnen. Hier machen wir ein Raumschiff. Habe ich ja gesagt. Habe es nur immer wieder mal vor mich hingeschoben. Zwei Fragmat-Linsen. Die sind aus der Nähe sehr stark. Drei Plasmatronen. Zwei Antriebe. Ein Ladegerät. Ein Orbitalmotor. Aber zwei Schutzschilde. Energie. Und. Invasionsmodule. Aber auch eine Phasenbombe. Man weiß ja nie, was man denn antrifft. Phasenbombe habe ich sonst immer. Spontan nur aufgebaut. Weil ich hatte ja genügend Zeit. Aber hier. Videoformat sage ich mal. Will ich es doch etwas. Nicht so hinaus zögern. Wir haben jetzt. Wir nennen mal. Weil er eine Bombe drauf hat. Bader. Boom. Ne warte. Ach jetzt habe ich es ernst erdrückt. Ich wollte gerade nennen. Ne das verrate ich noch nicht. Hoffentlich vergesse ich den Namen nicht. Fürs nächste Schiff. Guck mal. Ich mache einen Tag vor. Guck mal wie schnell die Pfeile da oben sind. Rasen. Zack. Oh. Aber man hat den Sprung kurz gesehen. Bevor das. Bild. Eingeblendet wurde. Vom neuen Bau. Ein Metroplex. Da gucke. Und zack. Wieder ein Sprung. Richtig schnell. Vor allem auf einer roten Sternstraße. Die eigentlich ziemlich langsam ist. Aber gut. Wenn sie ankommt. Kriegen sie erst mal einen Plasmatron zu spüren. Dann können sie mal sehen. Und mit was sie da. Auf was sie sich eingelassen haben. Battleschiff. Muss nach Gasball. Von Gridstone nach Gasball. War das richtig? Ja. Nach Gasball da oben. Das andere Schiff wartet da schon. Hier ist noch eine industrielle Megafabrik. Roten Feldern müsste ich mal sehr gerne mitnehmen. Zeig mal. Den brauchen noch 25 Tage für den Kurzstreckenwopper. Da kann ich erst mal die anderen Planeten wieder alle schön aufforsten. Da geht nichts. Und ich freue mich immer wenn ich einen Planeten abschließen kann. Dann brauche ich nämlich weniger Planeten. Weniger Aktionen. Dann geht der Spielweg so ein bisschen schneller. Du hast nichts mehr ne? Ne. Zehn Tage noch und dann kann das Battleschiff. Okay. Versuche ich mir zu merken. Nach zehn Tagen. Wenn das eine schon fertig ist kann ich das nächste reinschicken. Der geht jetzt mal auf Industrie. Danach macht er das Forschungsfeld da hinten. Hier brauchen wir erstmal ein paar freie Felder. Ist ja so ein schlechter Planet. Schutzschuld ist angekommen. Juhu. Dann mache ich erstmal ein Habitat. Für mehr Wohnfläche auf dem Mond. On the Mond. Achso. Ich kann nicht spawnen. Dann mache ich mal hier das Habitat drauf. Der bekommt noch ein Habitat. Ob er erstmal genügend Wohnfläche hat. Um weiter voranzuschreiten. Habitat. Ich mache mal gerne immer so stufenweise fast immer das gleiche. Weil dann braucht er doch immer weniger überlegen dann. Da kommen ja drei Schiffe. Guck mal. Boah. Spezielle Fähigkeit. Ich habe zwei Schiffe im Bau. Dann sind die zwölf Tage schneller fertig. Der eine war 13. Der andere war 28. Dann war noch einer in Reparatur. Ist auch besser wenn der schneller geht. Dann müsste er eigentlich jetzt fertig sein. Ich habe nämlich noch zehn Tage gehabt. Und wenn es immer zwölf Tage beschleunigt wird. Müsste ich ja direkt gleich die Schiffsmeldung bekommen. Einfach mal abwarten. Das kann weg. Kann ich ein neues Habitat bauen. Der bekommt eine Hyperfabrik. Wenn er es noch nicht schon hat. Ne hat er noch nicht. Okay. Dahin. Der Mond bekommt eine Forschungsstation. Na. Wähle ich halt hier aus. Und klack. Der hier bekommt. Ein Metroplex. Direkt in der Mitte. Hier ist noch eine Forschungsstation. Und dann ist der Planet gleich dicht. Der ist nicht. Hier. Victim ist fertig. Perfekt. Leaf Orbit. Dann gehen wir gleich zurück. Und bauen den anderen aus. Na. Wenn ich denn darf. Wenn du spielen mich lässt. Da. Victim ist fertig. Victim geht nach Gridstore. Battleschiff. Geht sich verbessern. Refit. Zack. 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 Geben gleich mal auch bessere Waffen. Drei Stück. Und dann können wir noch ein Invasionsmodul draufpacken. Auf das da. Motoren ist klar. Bessere Energie haben wir ja immer noch nicht. Schild haben wir auch nicht. Der macht relativ wenig. Man guckt mal hier oben. Wir haben ein halbes Schild. Wir sitzen den drauf. Haben nur noch ein Fussel. Aber das halt immer an. Der Wellen. Das. Ja. Der Wellen. Rüttler. Oder. Ich hab den deutschen Namen vergessen. Battleschiff. Okay. 22 Tage. Der fliegt weiter zum Angriff. Und dann haben wir die Kaplion demnächst ausgerottet. Die, die mir im Daumenauge sind, sind die ACD. Kronomyst. Die haben ja diese Ultra-Mega-Waffen. Aber mal sehen. Vielleicht sind wir doch noch relativ gut und frisch auf den Beinen, dass wir denen entgegentreten können. Ich denke mal, ja. Sicher bin ich mir noch nicht. Aber die kommen ja einzeln über die Rote Sternstraße. Da ich wenigstens einen kleinen Vorteil. Und in 10 Tagen Kurzstrecken-Wopper. Wenn das Schiff zerstört wird, halbwegs ein Kurzstrecken-Wopper. Victim. Auf weiter nach Sagitta. Müsste dann hier sein. Genau. Dann noch ein paar Systeme weiter und Kaplionen. Bye-bye. Frieden ist keine Lösung. Tut mir leid. Im nächsten Spieldurchgang, wenn ich denn einen mache, der wird friedlich sein. Jetzt erstmal. Nö. Ihr sind böse. Und wollen allen an den Kragen. Es ist unser Universum. Nimbo. Climulon. Wir müssen nach Discordia. Genau. Ich erinnere mich an das System. Das war das da. Industrie? Haben wir relativ wenig. Ah, guck mal. Andromeda ist angekommen. Den schicken wir nochmal den Bösen entgegen. Wird wahrscheinlich eh zurückgeschickt, weil das andere Volk die Rücksetzfähigkeit benutzt für die Sternstraßen. Aber egal erstmal. Egal erstmal. Metroplex. Victims angekommen. Victim muss weiter. Ziemlich schnell unterwegs mit den Sternstraßenantrieben. Muss man sich immer merken, dass man lieber mehr Antriebe baut. Weil sonst mit denen mal von Tag zu Tag zu Tag, sonst kommen die Schiffe gar nicht mehr an. Also schon. Ich meine halt nur, da kommt sie ziemlich langsam an. Langsam. Kurzstreckenwopper. Perfekt. Dann haben wir noch die Zauberei. Wir kriegen eine Smartbomb. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das macht. Mit dem Planetencontainer. Entweder schützen wir, dass keiner angreifen kann. Oder, dass kein Schiff von dort starten kann. Das weiß ich noch nicht mehr so hundertprozentig. So, erstmal gehen wir da nach oben. Neue Stränge freischalten. Und zwar hier haben wir aufgehört. 40, 22, hier kommt das da. 22 Tage für die nächste. Wir gehen mal wieder auf Forschung. Das ist zwar ziemlich groß, aber nicht groß genug. Oh, guck mal, fertig. Leaf Orbit. Hier bauen wir noch mehr Industrie. Muss mal Schritt für Schritt schneller gehen. Guck mal hier oben. Ich baue mich mal in die Roten ran. Victim ist da. Victim geht weiter nach Nougat. Zu Nougat. Dum, 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 dum. Und dann Hostail ist da. Hostail fliegt auch nach oben. Der fliegt nach Rimolon. Das erste große Raumschiff, was fertig ist. Bzw. der riesige Raumschiff. Und ich hoffe, es war kein Fehler, alle Schiffe in den Krieg zu schicken und nur das eine hier hinten zu lassen. Ich fliege schon mal in Richtung des Planeten. Mal ein bisschen... Ach nee, wir können den Kurzstreckenwopper machen. Den baue ich auch erstmal hier hin. Weil das, falls wir mal durchdringen sollten, durch unergründlichen... Durch unerfindlichen Gründen sind wir wenigstens erstmal gesichert. So, der bekommt Forschung. Hat er noch gar nicht. Der bekommt auch Forschung. Nimbos in Discordia. Der muss nach Algol. Und dann ist er auch wieder in der Phase zu überlegen, was er macht. Der bekommt Kurzstreckenwopper. Ich glaube, schafft er nicht mehr in fünf Tagen. Nee. Weil das ähne Schiff ist gleich da. Ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag. Morgen oder übermorgen. Nein, dann könnte es übermorgen werden. Also auch von heute aus morgen. Puh, es würde sich ja mal lohnen, so ein Analyse-Modul zu bauen, um zu schauen, was der für eine krasse Waffe da hat. Das interessiert mich schon ein wenig. Weil die doch schon stark durchschlägt. Ähm. Industrie? Oder Forschung? Lass mal gucken. Wir machen Forschung doch. Und zack. Schiff ist da. Zum System. Zwei Schiffe gleich. Oh. Dann flieg mal her hier. Guck mal, wann ich den angreifen kann. Müsste jetzt gehen. Genau. Der Plasmatron ist mega. Hat aber leider eine doofe Reichweite. Ich meine... Ja, egal. Boom. Jetzt muss ich mich leider zurückziehen. Die Aufladungen sind aufgebraucht. Dann flieg mal her. Und boom. Bam. Oh, oh. Alter, dieser Durchschlag. Und? Auch noch nicht weg. Unser Schiff ist noch da. Warten mal, bis das nächste rankommt. Kann zwar eh nichts mehr machen, aber... Boom. Boom. Ist das Schiff zerstört? Oberfläche Schild ist weg. Oh, oh. Aber die haben immer nur eine Attacke. Okay, die haben immer nur eine Attacke. Nächster Tag. Zum Planeten. Ob ich jetzt unser Schiff rausschicke. Ich weiß es nicht, was ich gleich mache. Ich warte mal ab. Bis ich die Entscheidung wirklich treffen muss. Weil die sind schon stark. Das hatte ich noch nie, dass die Gegner so stark waren. Eigentlich war das immer relativ easy-game. Aber jetzt so... Welches Schiff war das, was mehr kaputt war? Ich kann nur raten. Das vordere. Nein! Oh, oh. Schiff ist kaputt. Nicht? Oh, Glück gehabt. Ach, die Raketenabwehrbasis wurde zerstört. Okay. Ist ja auch mies. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Greift jetzt da an? Nee, puh. Dann kann er jetzt unser rausholen. Und das angreifen lassen. Ich hoffe, der Gegner greift nicht an. Ja! Wir haben gesiegt. Aber man sieht, das Schiff hat schon ein bisschen Schaden eingesteckt. Nach einem Tag mache ich wieder ein bisschen den Oberflächenschuld. Ich denke mal zwei. Weil die Basis hier in dem System ist schon so ein Scheidepunkt zwischen Gewinnen und Verlieren. Und der Kurzstreckenwopper, glaube ich, kann auch mehrmals, mehr als einmal schießen. Was das Ganze auch nochmal verschlimmert, verschönert. Für den Gegner, für uns. Er wäre entscheidend, auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der Klingone ist fertig. Battleship ist fertig. Perfekt. Kann ich die Kaplion weiter angreifen. Die sind ja dafür da. Da oben im Hauptsystem. Also diese Gegner mit dieser Strahlenwaffe, die geben mir echt zu denken. Ob wir das jemals irgendwie noch wettmachen können? Na, wir werden sehen. Wartet auf mich und tschüss.